Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es wundert mich, dass du den Mantel noch besitzt Papa hat ihn mir geschenkt Von mir bekommst du keinen Cent Bitte Mama, ich halte es nicht aus Guck mich doch mal an Ich gucke dich nicht an, du siehst aus wie eine billige Straßenhure Dein Vater würde sich im Grabe umdrehen Papa würde mir helfen Dir kann man nicht helfen Warte mal, warte mal Ja? Ja, der geht gleich wieder rum Bitte? Na klar Bin ich doch immer, oder? Jo Hey, wo bist du denn jetzt hin? Jo, du, ich geh da mal wieder, hm? Das war doch nichts an, fänglich, ne? Ey, du besorgst dir doch einfach selbst, okay? Ey, das war doch nur ein Spruch unter Männern Ach, das war ein Spruch unter Männern Was seid denn ihr für Männer? Du hast mich gerade behandelt wie eine Nutte Und weißt du, welche Männer zu Nutten gehen? Das sind die kleinen Jungs, die sich schämen, weil sie so einen kleinen Schwanz haben Und die denken, sie seien cool, wenn sie Frauen wie Dreck behandeln Aber du bist nicht cool, ey Du bist einfach nur scheiße Also fick dich doch einfach selber, du Mutscher Ich krieg dich nach